Willkommen zurück zum zweiten Teil der Radreise von Au an der Sieg nach Frechenkönigsdorf. Ja, heute ist der zweite Tag. Wir sind heute Morgen in Siegburg gestartet, sind unterhalb des Klosterbergs vorbeigefahren, einmal quer durch die Stadt und bewegen uns jetzt auf dem Siegtalradweg. Ja, leider mussten wir feststellen, dass ein Teil von dem Siegtalradweg gesperrt ist. Aber man muss sagen, immerhin gibt es eine ausgeschirrte Alternativradroute. Das finde ich ja schon mal sehr gut. Heute erwarten uns 57 Kilometer in etwa und 150 Meter bergauf und auch wieder bergab. Ja, gestern, die Witterungsverhältnisse waren dann doch sehr interessant, als wir gestern Morgen losgefahren sind. Da war es sehr bewölkt, sehr bedeckt und je weiter wir dann Richtung Siegburg gekommen sind, desto mehr hat sich der Himmel aufgeklart und wir haben uns dann auch ordentlich an den Oberarm verbrannt, weil wir natürlich vergessen haben, uns einzucremen. Also man sieht das hier, glaube ich, noch mal recht gut, dass die Oberarme ziemlich verbrannt sind. Und naja, passiert, beim nächsten Mal sind wir schlauer. Ja, jetzt geht es weiter. Es ist schwül warm, es ist Regen angesagt. Wir haben auch ein kleines bisschen Tröpfeln, das uns jetzt gerade im Moment begleitet. Wir hoffen allerdings sehr, dass wir dann doch irgendwie von den größeren Regenmassen verschont bleiben. Wir hoffen, dass wir dann auch ein kleines bisschen Tröpfel haben. wir sind jetzt hier unten in den Siegauen unterwegs. Hier ist ein wechselnder Belag auf dem Fahrradweg. Mal Teer, mal grober Schotter. Aber insgesamt kann man das hier super gut fahren. Sehr gut ausgeschildert. Wunderbare Natur. Naja, hier ist auch die Autobahn. Aber hier kommt man richtig gut voran und kann man auch richtig gut Strecke machen. Also das ist insofern, um unserem Ziel heute näher zu kommen, auf jeden Fall die richtige Wahl hier unten lang zu fahren. Ja. 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 Musik Musik Bei Regen ist so eine Brücke doch wirklich was Feines. Man kann mal austreten, in Ruhe, im Trocknen oder einfach nur mal kurz Pause machen, ohne dass es einem wirklich im wahrsten Sinne des Wortes alles verhagelt. Naja, gut. Regenklamotten haben wir angezogen. Eigentlich wären wir jetzt aus der Richtung da hinter uns gekommen. Denn von da aus wären wir mit der Siegfähre gefahren. Aber wir vermuten, dass die Siegfähre bei diesem Wetter gar nicht fährt, weil ja kein Ausflugsgast da unterwegs ist. Und insofern sind wir dann einfach über die Brücke gefahren. Ja, das wäre nämlich noch eins von den Highlights gewesen. Wir werden nämlich heute zweimal mit der Fähre gefahren. Siegfähre ist ausgefallen, weil wir über die Brücke gefahren sind. Also nur noch einmal Fähre fahren. Das wäre dann jetzt ungefähr bei Wesseling, wenn wir bei dieser ursprünglichen Route bleiben. Aber auch das müssen wir einfach mal schauen. Musik 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 So, hier in Mondorf ist Kirmes. Wir schieben bei Regen über die Kirmes. Mit Blick auf den Rhein, weiter geht's. Musik 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 Ja, mittlerweile sind wir hier am Rhein in Lülsdorf angekommen. Wie man auf der gegenüberliegenden Seite sieht. Großes Industriegebiet. Und wir werden jetzt hier schön weiter am Rhein langfahren und gucken, dass wir irgendwie in den nächsten 20 bis 30 Minuten irgendwie die Möglichkeit bekommen, mal eine Mittagspause einzulegen. Der Regen hat deutlich nachgelassen. Es nieselt jetzt nur noch ein bisschen. Ich hoffe, dass das so bleibt und dass wir dann einigermaßen trocken unsere weiter Reise fortsetzen können. So, wir sind jetzt hier an der Fähre. Wir wollten mit der Fähre fahren. Keine Fähre da bzw. Fähre auf der anderen Seite. Telefonischer Kontakt hat nicht funktioniert. Ich denke mal, wir werden jetzt einfach weiter hier am Rhein auf der Seite langfahren, bis wir zur nächsten Brücke kommen und dann den Rhein queren und dann geht's auch weiter. Naja, dann ist das halt so passiert. Auf jeden Fall, wie man sehen kann, wenig los. Das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, weshalb die Fähre nicht fährt. Eben wollten wir mit der dritten Fähre fahren. Ich weiß, es waren eigentlich nur zwei Fähren eingeplant. Aber wir haben dann noch ein Schild gesehen und Fähre. Jetzt sind wir da mal hingefahren. Ja, auch da war dann leider keine Fähre. Auch wieder sehr enttäuschend. Ja, irgendwie war das ein bisschen anders geplant. Wir fahren jetzt auf jeden Fall auf der rechten Seite. Mal schauen, wie weit möglicherweise bis Köln-Horz. Und werden dann da den Rhein queren. Das ist noch nicht so ganz klar. Vielleicht müssen wir aber auch bis Deutz. Das ist alles noch so ein bisschen unsicher. Wir werden einfach mal schauen. Aber auf jeden Fall kann man sagen, hier auf der rechten Rheinseite, der Radweg, der ist auch sehr gut zu befahren. Ja, wahrscheinlich aufgrund des Wetters ganz wenig Leute unterwegs. Aber wir kommen voran. Und wenn ich jetzt könnte und eine dritte Hand hätte, würde ich mir auf den Helm klopfen. Klopf, klopf, klopf. Der Regen hat jetzt doch irgendwie deutlich nachgelassen, sodass man fast davon sprechen kann, dass es regenfrei ist. Und hoffentlich auch weiterhin regenfrei bleibt. So, hier am Rhein haben wir jetzt tatsächlich doch noch was zu essen bekommen. Mittlerweile, wie man sieht, ist das Wetter auch wirklich wieder schöner geworden. Und da hinten, ja, man sieht es, das Schild Fähre. Wir haben eben angerufen, die Fähre fährt. Also im dritten Versuch kriegen wir das jetzt mit der Fähre doch irgendwie noch hin. Wir müssen zwar erstmal da runter über die Rheininsel und dann zur Fähre. Aber das sollte doch hoffentlich dann wirklich klappen. So, wir sind jetzt auf der kleinen CoCo Deal. Wir fahren jetzt einmal über den Rhein. Wir haben noch Tipps bekommen, wie wir unser Fahrrad gut anlehnen, damit möglichst gut es kaputt geht. Und so geht es die Reise. 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 Der Rhein ist überquert. Wir sind praktisch in der gleichen Landschaft. Aber dadurch, dass wir jetzt mit der Fähre den Rhein überquert haben, ist unsere Distanz für heute um sieben Kilometer kürzer geworden. Und so geht es. Und so geht es. Wir haben jetzt gerade ein Stück vom Militärring umfahren, in dem wir durch den Forstbritannischen Garten gefahren sind. Das ist sogar tatsächlich erlaubt. Für Fahrräder ohne Hilfsmotor steht extra ein Schild dran. Wir sind auch ganz vorsichtig gefahren. Ja, jetzt sind wir hier kurz vor dem Bonner Verteiler und da steht ein Schild, dass jetzt hier schon wieder der Radweg gesperrt ist. Also irgendwie auf dieser Tour sind einige Radwege gesperrt und wir müssen immer wieder umplanen und dadurch verzögert sich unsere Reise Richtung Frechen Königsdorf auch irgendwie. Angeblich sollen wir jetzt noch 17,8 Kilometer haben, aber ich habe da meine Zweifel, wenn wir jetzt wieder eine Umleitung fahren, sieht das bestimmt wieder ganz anders aus. Schauen wir mal. 16,1 Kilometer sind es jetzt noch. Wir haben eben ein weiteres Hotel gebucht, weil wir uns entschieden haben, noch einen Tag dran zu hängen. Pfingsten macht es möglich. Wir sind jetzt hier gerade durch, ja ich glaube es ist der Stadtwald unterwegs. Auf jeden Fall sind wir parallel zu Militärringen unterwegs. So vermeiden wir die große Straße und haben wir noch ein bisschen Natur und ungestörtes Radfahrvergnügen. Wir werden also, wie gesagt, eine Nacht noch übernachten in Frechen und werden dann morgen mit nicht öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern mit dem Rad nach Hause fahren. Wie man eben sehen konnte, der Reifen war platt. Schon wieder. Schon wieder, ja. Das ist mittlerweile der zweite Platte, seit wir das Rad gekauft haben. Wir sind eben, okay, auf jeden Fall. Das ist die zweite Platte und die vierte Panne seit November 2021. Kurz zur Sache. Einmal durch Glas gefahren, so gut getroffen, dass innerhalb von 30 Sekunden der Vorderreifen komplett platt war. Naja, wir haben die Pause jetzt hier genutzt, den Reifen wieder flott zu machen. Es sind noch 4,7 Kilometer bis zum Hotel. Und Gott sei Dank, es hat auch mittlerweile wieder aufgehört zu regnen. Wir hoffen, dass der Reifen jetzt bis dahin noch hält und dann schauen wir mal weiter, wie es dann weitergeht. Wir sind jetzt im Hotel gut und sicher angekommen, haben die Räder unten am Eingang abgestellt und angeschlossen. Es war genau richtig, sich hier in das Hotel zurückzuziehen, denn es gibt eine Gewitterwarnung für den Rhein-Erft-Kreis und wir hatten eben auch schon einen Blitz. Insofern war es genau richtig, hier die Tour erstmal zu beenden. Morgen geht es dann weiter nach Hause. Bis zum nächsten Mal.